Hallo, mein Name ist Annalena Graf. Ich bin der David. Servus, ich bin Steffi. Hallo, mein Name ist Marco Will. Ja, mein Name ist Pianer Schneider. Ich bin schon ein bisschen älter, aber einer der jüngsten Mitarbeiter der Firma Sonnet. Ich bin Sozialpädagogin geworden, um die Dinge positiv zu beeinflussen. Und bei Sonnet hat man die Möglichkeiten, die Dinge anders und neu zu denken. Mir ist es recht wichtig, dass wir nicht diese komische Sozialarbeiter und Menschen mit Problemebene haben, sondern dass das relativ menschlich normal abläuft. Inklusion heißt ja, dass Ida Stärken und Schwächen hat. Und wir gucken, was du für ein Blatt hast und wie du damit spielen kannst. Ich glaube, an Veränderung treibt mich an. Und da denke ich, bin ich bei Sonnet gut aufgehoben, weil man merkt, die Firma möchte wirklich was in der Kind- und Jugendhilfe verändern. Sonnet ist einfach ein Träger, der ganz anders arbeitet. Der geht ganz anders mit den Mitarbeitern um. Und das liegt daran, dass er einfach das Schwarmwissen nimmt. Mit der Innovationsfähigkeit, mit der Begeisterungsfähigkeit, mit der Flexibilität und auch Freude, wo alle Beteiligten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, rangehen, kann nicht schief gehen. Wir haben wahnsinnig tolle Kolleginnen und Kollegen, die einfach hoch engagiert arbeiten jeden Tag und einfach sich auch mit der Firma identifizieren. Also die geben auch ein bisschen unseren Gedanken so, die so eine DNA tragen die in sich. Und das, da bin ich stolz drauf. Wir suchen jeden Menschen, der Bock hat, im Sozialbereich Fußstapfen zu hinterlassen und Dinge voranzutreiben, sich einzubringen und mit tollen Kolleginnen und Kollegen in eine gute gemeinsame Zukunft zu gehen. Ich bin so zufrieden, wie eigentlich noch nie mehr im Berufsleben hier.